Und dann so ein Rotz dabei rauskam, dass wir es in die Ecke geschmissen haben, vor allem, wenn es eine Woche später schon bei 50 war. Was ist er hier? Ich bin hier. Ein bisschen Ton und so hier an. Warte, kurzer Check hier am Tablet. Ich höre dich auf jeden Fall. Bitte? Ich höre dich. Okay. Meinst du jetzt über den Stream, oder? Im Stream, ja. Okay, perfekt. Kann ich den Sven auch einladen? Ja, aber das kann ich mit dem Handy nur anladen, oder? Ne, der spielt Feuergefecht auf Pine. Ja, lad den ein. Ach, jetzt habe ich mein Handy gerade zum Aufladen ins Schlafzimmer gebracht. Ah, du bist aber auch, ne? Ja. Das hätte ich ihm jetzt geschrieben. Er ruft nämlich jetzt gleich E an. Ach egal. Der hat ja denn die Teamspeak-Adresse. Jo. Okay. 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 Und ich hinüber. Okay. Jetzt ist doch da, den. Und nochmal alles. Sag, du bist aber == Ist ja weiß. Also ist ja das so, wie die Präsentation ist. Du bist bist du nicht ein Salgar. Du bist du nicht. Du bist du nicht. Du bist du nicht. Du bist du nicht. Das sehe ich auch so. Ja, und besser ist das. Das ist ganz witzig, wenn ich die Maus benutze, obwohl ich ja hier den Player angeschlossen habe, fängt das Spiel an zu ruckeln. So nach dem Motto, nein. Mayday, Mayday. Du nimmst bitte auch weiterhin deinen Controller. Ja, nimm ihn, los. Mietzak, mietzak. Oh, schon wieder sein Petrograd. Oh, hier kommt er ja alles gut nach. Ja, das ist mal als Farmer. Obwohl, der kann man ja auch gut Spruch mitnehmen, oder? Keine Panik vorne, bei mir. Heißt, dass sie kommen jetzt bei mir hinaus? Feinde im Gebiet! Da oben liegt da einer. Was ist das, ich denke, das geht? Anscheinend nicht. Nee. Das ist richtig. Ich hab' nicht vorgekommen. Irgendwie war mir so. Ach, das Hauptquartier. Ich ging grad durch den Fall ins Hauptquartier. Feindlich vorwärts. Ich denke, ich glaube, ich nehme da einen. Das war das Hauptquartier. Kann das hören Sie? Feinde in der Nähe! Wir verlieren die Kontrolle. Da schimmelt einer im, äh, ja. Hahaha, sorry. Ich mach dir die natürlich nicht wieder auf. Weil ich auch fein. Hahaha, das schlägt so wie so eisgelt aus. Ich wollte zu machen. Und hab erst dann gesehen, dass du, äh, auch da bist. Das ist ein komisches Lebenszeichen da. Und dann nehmst du die Aktionführer hier auf. Achtung, feindliches, persönliches Radar. Kann ich den nehmen? Ja. Ich guck rechts an der Mauer. Huch! Ich guck wieder rein. Oh, what? Nein! Ich denke immer noch, auf L1 heilt man sich, ey. Das hat sich so eingebrannt. Kann sein, dass du dumm bist. Oh, ja. Toll, warum bin ich jetzt tot? Weil du dumm bist. Hahaha. Ach, ja, ich auch. Ich bin auch mal reingelaufen, ne? Oh, brennt. Toll, ich bin auch immer zu weit weg. Okay, mach euch abwaschbereit. So, jetzt müssen wir aber mal ein Hauptquartier von Anfang an einnehmen, sonst wird es halt keine Punkte. Das ist richtig. Da fliegt eine Drohne. Feind im Gebiet! Eine kleine, so, ne? Was? Marfuck. Oh, ja, da ist kein, äh... Ah, unten ist ja mal gar nichts. Ist ich tot? Ja. Oh, wurde entdeckt. Ja, auf die Entfernung krieg ich auch nichts getroffen gerade. Ach, das ist feindliches persönliches Radar. Toll. Hat die kleine Drohne abgeschossen, da kommt das Lärkste. Man, voll daneben. Scheiße, was ist denn los mit mir? Frasenbaden, ganz hinten ist einer. Ich bin oben im Hauptquartier. Aber ich bin eigentlich auch im Weg da drinnen. Ah, schade. Ja. Ja. Wir müssen ja aber keiner von unserem Team irgendwie das Hauptquartier einnehmen. Nein, das kann auch sein. Nein. Okay, also wenn wir mal auf der Treppe. Vollkott reingehen. Dann hätten wir die Tür so zu sehen. Da lieb ich es nicht. Das ist so lächerlich, das Spiel. So lächerlich. Oh! Oh! Feind im Feld und nur in den Hauptquartier eingerichtet. Feindliche Vorräte näheren sich. Oh! Ich würde sagen, wir könnten Richtung Hauptquartier. Naja, dann bin ich aber schon fast. Du bist aber wärst ja auch tot gewesen. Geil. Nachstufen kann beim Anflug. Wow! Wow! Das war gar nicht so schlecht. Toi, wollte ich nicht mehr. Dann kriegt man halt Abschluss nehmen. Okay, ich leg mich einfach mal ans Auto hier rein. Hä, von hat man sich gestorben? Scheiße. Ja. Ist so unlogisch. Ungeflagen. Leute, es wird eingenommen. Macht's ja besser. Ja. Das ist in der City gar nicht. Bitter dumm oder so. Haha, von mir sterben alle hier. Kommt doch nicht her. Ich bin am Hauptquartier, da war schon einer. Hier ist persönliches Radar aktiv. Ah, kacke. Ich komm von mir nicht raus, glaube ich. Wow! Wie hat er das denn gesehen? Ich hab da auch schleichen. Ah, okay. Er hat mich tatsächlich gesehen. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Ja. Alter, unsere Leute sind aber auch echt von Anus. Ach, da oben kämmt der. Ach, da oben ist einer. Der Ball hat die ganze Zeit da durch. Okay, muss man dem lassen. Gute Position, aber... Wir fallen zurück. Ja. Ja. Ja, die sind halt nur am Schirr. Das ist halt echt anmeinig. Ja, obwohl wir schon. Wir haben jetzt eh verloren, wenn wir das mit einem Einnehmen. ja und ich werde trotzdem das war richtig gut gekämpft ja ist ja wahr warte mal ich glaube der Sven hat mir geschrieben er hat mal wieder geklammelt Hauptsatz ab 5 tue ich bei guter Position aber ob man es so machen möchte Sven hat geschrieben er ist gerade in der Runde dann hat er nix aber danach ankommen ja hab ich mir auch gerade geschrieben jetzt musst du mal ganz kurz gucken was ich noch habe nix mit nichts ich muss jetzt mal meine Aufgabe das zu Ende gemacht haben ja erreichen sie 20 Abschlüsse mit 3 Aufsitzen ich habe es fertig aber es verschwindet nicht okay ja das ist egal Scharfschützengewehr 16 von 20 okay ne ich brauche noch ein bisschen und hier brauche ich jetzt MP Abschlüsse brauche ich Schrotflint muss ich machen für meinen Waffemeister ja kann ich eigentlich auch andere noch aktivieren aber da geht nur eins bei Mission bei Mission geht nur eins ne ja du machst ja dann fertig das ist natürlich doof ich glaube das hat einen Sinn ja das heißt ja auch Waffemeister das ist alles klar so was nehmen wir denn jetzt gerade für einen Griff hier drunter Rückstoßkontrolle schwerer gewinnt um die Waffe ganz ziehen ruhig zu halten und bei schwerem Beschuss die Kontrolle zu behalten so was kann man denn für Schrotflinten nehmen hast du schon bei mir noch Schrotflinte gearbeitet ich habe 3 freigeschaltet ne ne ich habe die noch gar nicht benutzt so dann hat die dann Kipplaufschrumpf mit 2 Schuss ein langer aufgebauter Lauf und wenn wen gesträumt wird die Werk auf längere Distanz ok 2 schnelle Schüsse vor jedem Nachwärm ausgewogene Pump-Action hm ich bin die ganze Zeit am überlegen ob ich den Kommando Vordergriff nehmen soll oder den Söldner Vordergriff hm kann ich dir nicht sagen so in die Stadt so mein Ding kann man hm ich bin jetzt auch fertig was nimmst du Splittergranate oder Molotow aktuell lieber Molotow tatsächlich ich glaube man Splitter hat das Gefühl dass sie dann immer noch weiter rollt ja du musst die halt länger halten bevor du die also wenn du die wenn du drückst zieht der schon den Stift aber stimmt hm das äh das ist ja nichts hier los aber Molotow habe ich jetzt und mehr Abschluss glaube ich gemacht als mit Tankgranate ok ähm gemustertes Griffband ok Sprinten zum Feuern Tempo ah keine Ahnung ja genau das ist ja Pfff! Ooooo-oh-oh-oh! Na-da-da-da. der kaffee war leider zu schnell weg was noch mal drei euro ausgeben ich hätte gern so einen neuen operator irgendwie irgendein mal ich hab einen neuen so dass ich gar nicht jackals wie stehen denn gekommen der sieht doch witzig aus jackals hast du? ok wer kriegt man denn? weiß ich nicht ich kann es nicht mehr sehen bei treubund jack schließt die Kampagnemission alte kameraden ab möchtest du mir was erzählen? ne in der mitte von den dreien ok guck ich gleich an also bei einem ist es 300 abschiffs mit einem sturmgewehr kriegst du einen? ok dann hab ich den Kampagne hab ich einmal draufgeklickt und hab wieder zugemacht hab ich mich vertan oh hier kann man vielleicht auch gut die Schrotprinte benutzen jaa jaa sind ja nur fünf reich Kills ja ich muss MP Kills machen MP also Maschinenpistone bringt den EMP zu ihrem Datenzentrum schaltet es ab haha ich bin hängen geblieben jaa 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 man sieht die Leute nicht voll nervig achso ach das ja dieses eine Spiel ich komm ja nicht neu rein bin direkt hinter dir obwohl ich äh um eigentlich relativ gut zu erreichen bin beim wiederbeleben aber da verflöst doch dann war was ist da los die kommt vom Staat was heißt hinter dir mussten die eigentlich oder Oh, der Frank. Da sind gerade aufgehoben. Ich wusste, dass er den aufheben will. Oh, wir sind doch nur noch vier gegen. Macht dann schon Sinn, ne? So, verteidigen, dann bin ich auf jeden Fall kämpfen. Wir sind nur vier, wir müssen verteidigen. Ich bin hinter dir. Oder? Verstehe ich das falsch, das Spiel. Ne, wir müssen die Bombe holen und dann bei den anderen rein, ne? Haben die die Bombe, müssen wir verteidigen. Ja. Ja, klar. Was komisch ist, dass man nicht nach links strafen kann beim Liegen. Wir haben keine Zeit, los jetzt! Wir haben keine Zeit, los jetzt! Wir haben keine Zeit, los jetzt! Ja, war klar. Schön, linke Seite der eine. Der sollte gucken. Jetzt ist noch einer rausgegangen bei uns oder bei denen. Ja gut, aber mit weniger macht das auch wenig Sinn. Wir müssen los! Ist nicht ausgebremst. Oh, ey. Ich starte neu und sterbe. Was für ein Kackspiel, ey. Na gut, das ist leider gut. Sagen wir mal. Ich meine schon, Cycle ist mit der Trotflinte. Das ist okay. So, hier darf man offiziell campen, habe ich gehört. Das ist ja auch noch 4 gegen 6. Ne, 5 und Zechen. Nehmt den EMP, los! Cycle, können wir die ja die Bombe holen lassen und dann hier einfach verteidigen, oder? Theoretisch könnte ich hier eine Claymore hinlegen. Feindliche Drohne über uns. Die können wir nichts anhaben. Geist! Oh, irgendwer schreibt. Wir sind auch wieder 6. Das ist gut. Na, Mike hat gesagt, er muss gucken wegen Geld. Warte, ich sehe den hier irgendwie. Vergiss es. Mit der Trotflinte kann ich auf der Perle nichts machen. Mit der Trotflinte kann ich auf der Perle nichts machen. Danke, kann man dir. So, dann habe ich euch nicht verstanden. Objekte gesichert. Ich glaube, wir sind aneinander vorbeigelaufen. Erst. Hey, was ist das für ein unlogisches Spiel? Aber einer ist auf meine Claymore gelaufen, das macht mich glücklich. Weil er verteidigen muss, oder? Ja, wir müssen jetzt verteidigen. Wir müssen jetzt verteidigen. Wir müssen jetzt verteidigen. Nein! Voll unlogisch manchmal, oder? Ja ja, nochmal weiter! Ich hab doch alles dumm geschaltet. Ja, das ist der Windows in die Lobby, wo wir vorher drin waren. Muss ich mal wieder neu machen. Ja, nö. Wo sieht man, wer neu ist? Nee, davor das Spiel, also pro Spiel ändert er ja die Lobby und dann. Nee, nee, ich hab hier schon dumm geschaltet. Achso, ja, das ist komisch. Dann ist der vielleicht neu rein. Nee, weil neu reingekommen sind. Ja, glaube ich auch. Hast du keine Waffe? Der P90. Ich hab jetzt ohne Claymore in den Brunnen, dann können sie mich echt am Arsch lecken, ey. Wir haben das Objekt verloren. Halten das Datenzentrum. Achso, jetzt müssen wir beschützen, dann können wir ja eigentlich zurücklaufen. Fuck! Wie kann der denn um die Ecke schießen? Was war denn? Ich hab den nicht... Was war gar nicht so sehr... Hä? Ich hab den ja nur gesehen. Bei dem in der Kamera wäre echt, äh... Okay, jetzt war's im Deal, ey. Boah, helft ihm da. Boah, kacke, ey. Vor allen Dingen, wie kann der nicht geblendet werden, wenn der hinter mich schmeißt? Blendgranate! Der war hinterm hier, er hätte geblendet werden. Feinde im Gebiet! Ah, hat er den damit ein bisschen genutzt, indem er gesprintet ist, stehen geblieben ist? Keine Ahnung, ich hab dem anderen zugeguckt. Hast du gerade gesehen? Das nutzt du? Ne, ich glaube, er hat das gemacht, weil der andere andersrum gelaufen ist. Er wollte den Weg abschneiden. Ne, der ist ja nur kurz gesprintet. Ach so, ich glaub nicht, dass das Hintergrund hat geblendet. Ja, ich glaub, ich nehm dort mal wieder eine andere... Ah, ich nehm mal... Maschinengewehr. Muss ja auch mal hochgelevelt werden. Auf zum EMP! Ja, ich bin die Runde richtig schlecht. Ja, ich auch. Waschrotflinter aus, nahe Distanz, One-Shot, aber... Ja, erstmal hinkommen. Ja, du müsstest halt mehr campen. Ja, das stimmt. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Claymore bereit! Okay, behalte der Bomber. Ich bin hinter dir. Tot! Musstabrat! Der Kimmer da! Ich hab dir ne Claymore gelegt. Der hat die Claymore gefunden. Naja, im Brunnen sind welche gewesen. Objekt gesichert. Nein, ich hab doch grad aufgehoben. Fuck! War vielleicht nicht so klug. Ah, den hab ich auch echt nicht gesehen. Haltet das Datenzentrum. Wie dumm. Hat auf jeden Fall die Bombe. Immerhin einen Kill. Oh Gott. Verlieg ich. Hm. Cyberangriff. Die Runde war besser als die eben. Man muss einfach hier um einiges vorsichtiger sein. Verstanden. Ich bin hinter dir. Verbündete Drohne ist in der Luft. Verbündete Drohne ist in der Luft. Genau da! Aber an die Bombe hab ich einfach mal ne Claymore gelegt. Hohohoho. Wie bist denn du jetzt vor nicht gekommen? Ähm, ich hab dieses schnell rennen angemacht. Ich hab dich gar nicht rennen sehen. Ja, die sind auf jeden Fall draußen. Es ist in der Luft. Ja, das war dann. Ha, ha, ha. Ja, der konnte noch werfen, obwohl er tot ist, ist klar. Ja, ja, ja. Ja, letzter Schuss. Da war der Skader, super hilfreich vorhin. Ratatatata. Was hat der gesagt? Ich hab alles drum geschaltet. Falls er mich beleidigt hat, Dito. Nimm den EMP, los! Er hat gesagt, du mit dem MG bist du blind oder was? Hat er? Ja, glaube er irgendwie sowas verstandsam. Oh, okay. Deswegen hab ich ihn ja getötet. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Boah, der Hölle. Feinde sind hier. Aha, der eine ist mit Klover gelaufen. Waren die in der Höhle? Ja, ja, die sind alle in der Höhle. Ja, klar. Versuche ich langsam reinzukommen. Wo war die denn? War ich alleine in der Höhle? Wahrscheinlich. Okay, die leben gerade alle wieder. Ich weiß aber nicht wo. Ähm, ja, da wo die, ähm, die Xe sind. Ja, die... Verbundeten steichen, ja. Objekt gesichert. Wie heißt die? Oh, ich könnte einen Cluster-Start machen. Ich glaube, ich hab auch schon irgendwas freigestellt. Ich glaub, dieses persönliche Radar hab ich gegen gehabt. Weintrauchöleneingang. Nein! Nein! Ich hab kaum ein FG freigeschaltet. Scheiße. Ich hab bei dir gehabt. Nicht geguckt. Wir haben das Objekt platziert, verteidigt es. Oh, guck mal, ich bin Platz 1. Geil. Unterfragen. Der, der nicht gucken kann. Genau. Noob. Kack, Noob. Ich weiß aber nicht, wer von denen das gesagt hat. Kontakt! Ja, der mit dem Schild, der hat mich kaputt gemacht. Der Xe. Ich bin auch so ein Schild. Pff, bisher haben die Schilder bei mir überhaupt nichts besorgt. Weil die immer abzunehmen. Die ist jetzt immer gestorben. Ja. Ja. Wirkung. Ja. Verkämpft. Und wohlverdient. Wirkung. 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 Friseurladen. Woher soll ich wissen wo der Friseurladen ist? Ah, da ist der Friseurladen. Das ist ne Pflanze, scheiße. Oh, jetzt kämp' ich ja auch mal, wa? Ich gehör' zu dir! Ich gehör' zu dir! Nein, das kommt nicht hin. Halt den noch losgeschickt? Ja! Wieso stirbt der denn nicht? Ja, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Aber ich hatte auch den letzten Kill gemacht. Nö, noch nicht. Noch haben wir 99. Ja, ja, ich hätte ihn gemacht. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ah, endlich mal wieder mehr. Das war gut. Haben ja auch ein bisschen mit dem Modus zu tun, oder? Ja. Ja. Ich glaube. Ich hab' irgendein extra freigeschaltet. Ich hab' irgendein Griff. Ich hab' irgendein Schaft. Griff. Brinden zum Feuern Tempo. Gut. Gut, wie sie ist. Ah, Operator. Taktische Keilergänzung für den Nahkampf optimiert. Damit erfassen sie ihr Ziel schneller. Okay. Ah, mit drei Aussätzen. Hab' ich geschafft. Jetzt war ich noch meine... Ab dafür gibt's 2000 XP nur. Ah, ich brauch' noch ein paar Kills hier. Ich weiß, ich kann mir mal was aufrüsten. Oh, jetzt hat's er auch wieder fünf. Schon wieder. Aber Herrschaft diesmal. Hier, Gelber Haus weiß, wo das ist, ne? Ja. Gelber was? Das Gelber Haus. Ach so. Ja. Keine Ahnung. Ich glaub' das ist das in der Mitte, oder? Ach so, ne. Guck mal hinter dich. Das sind alle gelb. Ja, es gibt einen Sprezess. Herr Robert, und halte die Ziele. Charlie wird gesichert. Hier rechts ist der Frisur. Wir werden mal B alleine eingenommen, ne? Keine Ahnung. Ja, ihr seid auch da. Okay, okay. Hä? Ah, hinter der Mauer, oben ist ein Fenster. Da ist ein Sniper. Wenn er an der Mauer wisst, sieht er dich nicht. Ich hab' jetzt schon Totenstille. He. Keine Ahnung. Feind an Waxalom. 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 Wo ist mir? Da liegt mal ein Glamour. Ich brauch' ja nicht warten. Das macht einen Glamour für mich. Wie trifft er mich denn jetzt mal vorher? Docking gehen hab' ich schonmal gekämpft. Ich hab' die Drohne über uns. Ich will Possibles hier warten. Die Übelte Drohne hinter Luft. Starte überflug. Boah! Daphne Carrie. Ich durche aber mal. Ah, wo ist der Endlücke? Der Penis. Der Manix. Der ist auch unter uns. Boah, der unten! Wie sieht das aus? Genau, wenn man grad um die Ecke kommt, dann... ...wicht uns verwegt. Der musste einfach sein. ... ... Also ich glaub die anderen die machen das auch viel taktischer. Die laufen immer so ein Stück und dann... Also die laufen nicht schnell, weißt du? Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, aber macht keinen Spaß. Das ist einfach rein und ballern! Okay, war nur ein Assess-Trainer. Wir verlieren Cardi. Verbündete Drohne in der Luft. Starte Überflug. So kommt die... ...zu A1. Ah, irgendwie kommen die Unterwaffen in der Karte hin. Ne, ne, ne. Oder das Maschinengewehr. Boah, es wird gemetzelt. Verbündeter Klasserschlag näher. Königlicher Kopfschuss. Ne, Königstöter. Was ist das? Königstöter Kopfschuss. Ja, da stand Königstöter Kopfschuss. Ich bin hier. Ich bin hier. In dem Gebiet. Wir sollten vielleicht mal Wege da anlegen. Ich versuche gerade A einzunehmen. Ah, da oben! Boah, der kennt auch nur, ne? Boah, ist jeder im Haus im Kärnten. Ist jeder hier, dieser Butterfly. Der nur am Kärnten ist. Ich hab B eingenommen. Bin zwar gestorben, aber... Ja, der Sniper da oben, ne, in dem Haus. Bei B. Das ist der Hurensohn, ne. Ich will ihn jetzt mal besuchen. Ich leg ihm einfach eine Claimor da hin. Ja, aber belegt sie doch nicht weg. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kann man auch machen. Da kommt noch einer von rechts, Frank. Bleib bei ein bisschen bloßem Ende. Hab ich. Okay. Ich flasche. Ah, der Sniper-Typ. Mann, wir gehen auf den Piss. Mann, ich hab keinen Molder-Tab. Das geht mir auch auf den Piss. Ja, ich hab auch noch ne Claimor dabei. Ich hab ne Granate, aber... Ich hab keinen Takt. Warum? Wieso ist Bobby wieder bei mir hier? Was denn da los? No, no, no. No, no, no. Sagt er. Ja, er kämpft die ganze Zeit da oben. Also, camp ich hier. Er weiß aber nicht, von wo ich schieße. Das ist witzig. Ja, ist ja in Ordnung, mach... Ich bin gerade in den Haus drin, versuche ich nicht zu tun Hey, die Claymore sind nicht losgegangen, was? Ja, ich habe ihn im Wichsen Ich... die ganze Zeit den gleichen, er sagt ja Nein, dann bitte Ja, ja, unsere Franzosen Wenn er halt die ganze Zeit an der gleichen Stelle kann ich sagen, dass ich ja wieder hinkomme Okay, A wird wieder eingenommen Egal, Hauptsache der Sniper ist halt weg Mach ich doch mal hin Das ist nie dumm, ey Ne, der Sniper ist jetzt auf der anderen Seite Die sollten vielleicht den C jetzt einnehmen Der C ist auf jeden Fall einer Der läuft weg von mir Wieso? Stehen weg vielleicht Oh, da ist noch ein Ach, jetzt ist der oben Ach, da oben hängt der Vielleicht schon wieder der Kämpfer Wann soll ich nach der kann ich nachdenken? Ich habe gleich meine Aufgabe hier fertig, ich will mal eine andere Waffe spielen Ja, mach doch So, bei C ist wieder ein Camper im Haus, wie der Butterfly Ja, da oben, ne? Gibt's doch nicht die ganze zeit da gekämpft so butterfly getötet aber solange wir die dominanz haben mit zwei punkten das wird natürlich wir müssen B einnehmen richtig ich muss mal kurz gucken da oben schon wieder ich guck einfach nie hoch und der butterfly hat wieder einen Sniper ah, der kämpft da oben schon, oder? aber klar das geht bei ok, Hammer ok, außen rumlaufen zu A und den Typen wieder runterholen mhm ey, dieser Sniper-Hurensohn, ey er steht die ganze Zeit da Butterfly Naja Butterfly ey Naja Butterfly ey Naja 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 D�un Klaster Schlag in Deku Naja Kackengereiste übers Feld Halt was Die Wollen wir B? Nee, kriegt es noch einen? Wow, Waterfly, you're really a son of a bitch. Let's camp our EU West. Was, hat er das gesagt, oder? Ja. Das ist aber gut, sie wurden zu nehmen, Leute. Shame on you. Ich kriege auch mal einen zurück, ich muss mal ganz kurz was einstellen, ne? Was, äh, weißt du was komisch ist? Wenn ich hier streame, wenn ich laufe, dann stockt das zwischendurch kurz. Und? Aber bei allem anderen läuft's flüssig, das muss ich auch nicht verstehen. Das ist manchmal echt komisch. Na egal. Ähm, ich glaub ich hab meine Aufgabe durch. Oh, 35 Abschlüsse mit einer Schrotflinte. Yay. Hast du das schon fertig gehabt? Was hab ich? Hast du auch schon so eine Schrotflinten-Aufgabe gemacht? Äh, nö. Bei einer Mission, meinst du unter Quartiere? Ja. Also ich hab jetzt die 60 Abschlüsse mit einem Scharfschützengewehr, da hab ich nur 0. Sonst hab ich hier nix mehr zum Auswählen. Und Waffenmeister muss ich halt, äh, noch 32 Abschlüsse mit einer Schrotflinte machen. Ja genau, das muss ich auch machen. Ja, danach, ja okay, LMG, da mach ich mir überhaupt keinen Gedanken drum. Dann kommen noch mal Scharfschützengewehr für Scheiße. Pistole, wird auch nicht gut. Sexvisier, Pistole. Ich hab dieses Gelbe jetzt freigeschaltet, dieses Kampf gestählt. Hab ich mein lieber was anderes genommen. Tiefe Ausstattung. So, ich freue mich auf die Flinten-Map hier. Los, los. Okay. Ja. Ist... Ja. Kriegt man auf jeden Fall ein paar Schrotflittenkäsel hin. Ach, dieses Touch-My-Heil-Ding da. Oh ne, grad eben war dieses Asias-Place oder so. Naja, Paul das. Dieses mit dieser Mine. Ach so, ne. Ist leider da dran noch diese Riesen-Karte. Ja, hier ist es glaub ich das schwierig. Ich weiß trotzdem mal. Ja, gleich Scharfschützengewehr? Hä? Ja, stimmt, das recht. Probier mal aus, komm. Halt, bin auch wieder zu offensiv. Wie kann man da nicht mehr so zurückbleiben? Bin einfach nicht zurückgeblieben. Ja, da bist ja auch sonst zurückgeblieben. Hehehe. Dann musst du es nicht auch im Spiel noch. Kommt bei dir auch erst der Ton zu spät? Okay. Bitte? Ich hab nix verstanden, der Hubschrauber ist klar auch so noch mal. Ich sag, kommt der Ton-Pop-Hubschrauber bei dir auch immer erst so spät? Ja, ja. Immer erst, wenn der durchstartet zum Wegfliegen. Nee, bei mir kommt der, wenn der gerade landet. Aber erst kurz vorher. Vorher hab ich kein Tod. So, ja, das glaub ich auch. Oh. Ah, oh. Ja, ich hab nen Quad gefunden. Deswegen. Stimmt, wir stehen immer zwei rum. Wir haben die Führung. Oh. Boah, gegen die Sonde zu spielen ist auch scheiße. Ja, war klar. Ja, dann kommt der raus, wenn ich loslaufe. Arschlecken, ey. Okay, jetzt brauchen sie alle hier. Wollen wir jetzt auch einen Camperpunkt suchen? Ach, das bringt einfach nichts. Okay, jetzt stockt es nicht mehr aus. Ach, da war auch noch wer. Hallo. Ich habe mir gerade kommen, nimmst du die Waffen von einem anderen, damit du nicht nur Sniper hast. Oh, das kann gut sein. Uh, erinnert ihr dich. Jetzt kriegen wir noch einen SIS. Oh, Drohne ist ja gut. Feindliche Drohne über uns. Feinde sind hier. Auf, Bus nachlässig. Babababam. Ja. Oh, oh. Hä? Okay, ich komme demnächst. Gein, der hat den Ballastbubbel. Ja, geil. Okay, das war schon da. Da kann man die Gitterplanung vorbeilaufen. Oh, das war kein Campen. Äh. Ach, komm. Warum schießen die als erstes auf mich? Da sind drei Leute im Raum. Ich stehe ganz hinten. Ich stehe ganz hinten. Heh. Das verstehe ich. Ich stehe. Ah, kann man auch schneller schießen? Nein, ich muss mir auch schießen. Ah, okay. Ich stehe nicht an den Frachtcontainern. Von hinten. So, Pachti. Jetzt bin ich ganz down. Verbündete Drohne ist in der Luft. Ich bin mal hier. Ah, schade. Du bist genau so gierig wie ich. Ich sag, wir sind halt alle gierig. Wir sind genauso gierig wie ich. Sechster. Ach, okay. So, wir sind tatsächlich fängig. Wir haben die Führung. Das war verdient. Das war verdient. Ne, nein. Nein. Ich hab hier ein Schönerdrohne in der Luft. Ja, ich glaube hier und lauf ich richtig. Nein, du läufst da vollkommen falsch. Halbzeit, weiterkämpfen. Mahlzeit, weiterkämpfen. die hängen da oben hat er mich überfahren da kommt dann mit dem spot von hinten hat er fällt gerade in den hof rein ja recht ja hier sind drei leute ja ich lauf hoch Einer ist da oben? Ne. Echt? Wuuu! Wir haben so viele Leute gerade ausgeschaltet. Ja, war verdient. Kann ich hier nicht schalten? Veranimal! Hier ist ein Twitch Highlight gesetzt. Nein, was? Ich wollte ein Highlight setzen, weil das war echt ein Highlight. Feindliche Drohne über uns. Hab ich gut getroffen. Ich will gucken, ob ich das im Nachhinein über die Stream Deck da wieder anschauen kann. Es gibt jetzt ja auch so eine Funktion hier. Nein! Mach halt! Ja, da ist noch einer rechts. Eine Funktion, da kann ich hier so eine Rückblende machen. Ja, von Nvidia hab ich das ausgeschaltet. Guck mir da den hier an. Ähm, ne. Ich... 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 So ein... So ein Stream Deck-Dinge. Ja. Also so ein Touch-Dinge. Damit ich da drauf drücken kann. Uh! Oh! Und... Äh... Also dass die Leute im Stream dann sehen. Weißt du? Dann kann ich einen Knopf drücken und dann spult er 30 Sekunden oder so zurück. Oh! 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 Ähm... Machen wir danach mal ne 5 Minuten oder 10 Minuten Kaffee Pause? Weiß... Ja, wenn du den Türen ist ja weh. Äh... Nochmal? Ich brauche keinen Kaffee. Mir ist ja egal. Ja, ich... Ich... ...wir mir Kaffee auf jeden Fall holen und so. Kannst du ja dann ne Runde schonmal machen. Feindliche, persönliche Radar-Drohne in der Luft. Treffen Granaten eigentlich immer mich. Schön. Ja, gut. War jetzt nicht so gut. Ob er es mal unterschrieben kann. Ja, hab 10 Kills gemacht. Für mich in Ordnung jetzt gerade hier. Ja, gut. Weil eh keiner das nehmen kann. Spawn-Pause. Stream-Pause.